ja hi zusammen willkommen bei einem neuen video von schwungvoll mann jetzt wollte ich euch hier was ganz toll spannendes zum idx jetzt irgendwie zeigen und so weiter aber da sieht man ja nichts war das ist das ist ja so dumm aber wisst ihr was ich habe den schlüssel vom idx und somit können wir uns den doch mal eben direkt selber angucken oder also das ist ja der idx ist ein umgebauter id3 der einzige derzeitig aktuell mit allradantrieb und zwei motoren systemleistung 245 kb was ungefähr 335 ps sind die jungs haben aber im prüfstand auch schon mal 345 ps erreicht ja ansonsten was gibt es zu erzählen von dem fahrzeug lasst uns einfach mal drauf gucken würde ich sagen oder also erstmal fällt natürlich die matte lackierung auf mit neon flakes drin also das ist irgendeinen staub oder sowas ihr seht das sind neon flakes an der id4 achse übrigens deswegen ist sie etwas breiter als der standard findet ihr hier borbit felgen in 21 zoll überall natürlich die neon applikationen auch an der hinterachse die borbit felgen die rückleuchten sind abgetönt genau wie das vw emblem übrigens so an der seite das sieht man vielleicht hat man hier so ein leichtes rautenmuster wie man zeit von den id modellen auch kennt und vorne im scheinwerfer hat man noch mal eine neongelbe applikation eingesetzt sieht richtig cool aus ja also das ist erstmal der idx von außen lasst uns mal einfach reingehen mal gucken was er von innen zu bieten hat also wie ihr seht sitze ich hier erst einmal auf performance sitzen hier auch hier mit dem gesteckten idx logos auch in den fußmatten findet sich noch mal das idx logo ansonsten auch hier überall die neon gelben applikationen im fahrzeug und hier unten in der lenkrad spange klimaanlage machen wir mal eben aus ansonsten ist hier recht viel von der serie übernommen worden wir haben hier in der tür noch alcantara drin da haben sie sich noch mal schön alcantara aus dem regal genommen und haben natürlich auch hier das neongelb mit übernommen die basis für das fahrzeug hier ist tatsächlich auch der 82 kilowattstunden akku aktuell also 77 kilowattstunden netto und systemleistung habe ich eben schon gesagt damit beschleunigt er von 0 auf 100 in 5,3 sekunden um das mal eben einzuordnen der vw golf club sport braucht etwa 5,6 sekunden also der id3 oder idx wie er richtig heißt hat hier tatsächlich noch mal ein bisschen mehr dampf als der gti club sport und das kann sich schon mal sehen lassen alles in diesem fahrzeug ist natürlich weit weg vom stand der serientechnik das liegt einfach daran dass auch eingriffe im rohbau erfolgt sind und ich habe es eben schon erwähnt zum beispiel auch id4 achskomponenten verbaut wurden das heißt so wie das fahrzeug hier natürlich steht wird es definitiv nicht auf den markt kommen ob es eine gtx variante vom id3 geben wird das wissen nur die entwickler selber das kann ich euch tatsächlich gerade gar nicht sagen es wird immer wieder gemunkelt und im netz kursieren gerüchte ob er dann aber wie dieses fahrzeug allrad bekommt da glaube ich eher nicht dran aber ich finde einfach mal zu zeigen was geht dafür muss man sich doch nicht rechtfertigen im prinzip ist der ganze aufbau des idx jetzt hier von enthusiasten bei volkswagen gemanagt worden das heißt es gab gar nicht einen offiziellen auftrag dieses fahrzeug hier zu bauen aber sie haben es trotzdem getan und das finde ich schon verdient einmal mindestens den daumen hoch um einfach auch diesen enthusiasmus den die jungs dann hier an den tag gelegt haben um das fahrzeug auf die beine zu stellen gebracht haben das ergebnis hat den vorstand von vw natürlich begeistert ihr kennt wahrscheinlich alle die berichte auch zum idx und von daher ich hoffe dass vw den mut hat so ein geschoss einfach mal auf die straße zu bringen einfach auch um zu zeigen hey wir können nicht nur normal weg von der stange sondern wir können auch mal ganz anders wenn wir wollen und vor allem wenn wir dürfen ja im idx wer es vielleicht schon beobachtet hat das zeige ich euch nochmal ist übrigens ein 12 zoll display verbaut dass ihr so vom id4 kennt übrigens hier nochmal das alcantara lenkrad in seiner ganzen schönheit und da kann ich euch mal einen heißen tipp geben wenn ihr irgendwie an so ein display kommt dann ist es tatsächlich möglich per plug and play so ein display in id3 zu verbauen da müsst ihr gar nichts großartig umbauen ansonsten sei euch gesagt ja ich glaube schon dass volkswagen auch mit dem großen display in zukunft dann vielleicht etwas plant und sich sagt hey vielleicht können wir ja sowas als option anbieten gibt natürlich wieder eben geld was volkswagen damit verdienen kann und sie haben es ja in ähnlicher form schon hier mit den sportsitzen gemacht die kann man jetzt beim id3 separat ordern natürlich nicht mit so einer schönen idx stickerei nein aber man kann eben diese sportsitze ordern und ich finde ich schon ziemlich cool ärgere mich so ein bisschen dass ich beim first max das nicht als option hatte und ich hätte sie nämlich gerne muss ich ganz ehrlich sagen aber so ist es einfach und meine sitze sind auch bequem aber die sportsitze die haben natürlich noch mal ganz anderen ganz anderen optischen wert auch finde ich oder was denkt ihr nicht nur die achsen sind aus dem id4 auch die ganze lenkung wurde beim idx aus dem id4 übernommen zusätzlich hat man auch mal im abt also im ganzen system hier generell vieles noch ein bisschen verändert das sind nicht nur die neonfarben die ihr hier zum beispiel überall seht oder so weiter sondern es wurde tatsächlich auch hier im system selber der sogenannte drift mode eingerichtet das heißt mit dem idx da könnt ihr richtig spaß haben der kann auch driften und in dem zuge haben sie dann auch noch ein paar anzeigen erweitert die der standardmäßige id3 nicht hat auch sowas gehört dann dazu wenn man den jungs aus der entwicklung mal ihren spieltrieb freien lauf lässt mega cool umgesetzt das ganze und eigentlich schade dass das ding es nicht in die serie macht so also das war er der kleine überblick über den idx und ich bin wirklich richtig richtig froh dass ich mal so einen überblick über dieses coole fahrzeug hier geben konnte weil den sieht man sonst in der freien natur in der freien wildbahn natürlich nicht dieses auto ist ein einmaliger prototyp der sonst nur von vorständen und entwicklungsfahrern von vw bewegt wird bewegen darf ich ihn auch nicht ich bin weder entwickler noch irgendwo im vorstand und deswegen darf ich ihn mir nur statisch angucken was aber völlig okay ist weil euch auch mal solche einblicke zu geben in ein solches fahrzeug das ist natürlich einmalig und das finde ich schon ziemlich ziemlich cool ja ob es in zukunft dann eine gtx version geben wird vom id3 da müssen wir jetzt einfach mal darauf warten ich kann es euch tatsächlich nicht sagen kann euch aber mit ziemlicher sicherheit sagen es wird wahrscheinlich dann kein allrad geben und wenn es ein allrad gibt dann wird es mich sehr wundern weil die umbauten oder im bereich des rohbaus die dafür getroffen werden müssen die sind dann doch etwas zu groß so dass ich sage okay das hier das bleibt ein einmaliger prototyp vielleicht kommt eine gtx version die dann in ähnlicher art so performant ist wie der hier aber die entwickler mit denen ich gesprochen habe die haben gesagt jedes mal wenn ich aus diesem wagen wieder aussteige habe ich ein solches grinsen von rechts nach links und das glaube ich glatt also viele grüße aus lucano von meiner seite hier vom lago maggiore vom id treffen die pläne für das nächste jahr die sind schon am laufen auch nächsten jahr soll es wieder ein id treffen geben und dann hoffe ich dass der eine oder andere vielleicht von euch auch dabei ist es lohnt sich ihr seht das vw hat sich nicht lumpen lassen und ist als gast hier auch anwesend gewesen und hat mal eben fahrzeuge wie den idx den wörthersee id3 aber auch den id5 mitgebracht der parallel gerade auf der messe iaa in münchen vorgestellt wurde in der gleichen form wie er hier steht nur in münchen da kommt ihr sicherlich nicht so nah dran wie wir hier direkt in der schweiz soll es schon gewesen sein ich bedanke mich fürs zusehen und hoffe dass euch dieser kleine einblick in den idx so gut gefallen hat wie das fahrzeug mir gefällt bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020